Herzlich Willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir hier bei YourNextHotel. Mein Name ist Christopher und ich bin mal wieder für euch unterwegs und zwar in Ägypten in Bogada und darf euch das Beach Albatross Ressort vorstellen. Ich bin sehr gespannt was mich erwarten wird. Let's go! Und denkt doch daran, meinen Kanal zu abonnieren. Vielen Dank! Ja, wir durften gerade unser Zimmer beziehen und ich nehme euch jetzt mit für eine ganz persönliche Roomtour. Schaut gleich mal mit. Und zwar gleich wenn man hereinkommt, hat man hier ein wirklich schönes Badezimmer. Es gibt hier einen großen Spiegel, ein Waschbecken, Beauty-Utensilien, einen Schminkspiegel. Dann hat man hier eine WC und die Dusche ist wirklich riesig mit Sitzmöglichkeit. Die blende ich euch gleich noch ein. Und dann hat man hier wirklich ein schönes, helles, lichtdurchflutetes Zimmer. Es ist sehr modern eingerichtet. Man hat hier einen großen Kleiderschrank, ein großes King-Size-Bett. Des Weiteren gibt es hier einen TV, eine Kaffee- und Tee-Station sowie eine Minibar, die bei All-Inclusive natürlich mit inkludiert ist. Dann hat man hier nochmal zwei Sesseln und eine Sitzmöglichkeit. Und jetzt zeige ich euch noch den Balkon. So, und zwar gleich wenn es hier rauskommt, hat man hier zwei Stühle, einen Tisch und wir gucken hier direkt auf die Poolanlage. So, und zwar hier. Das Albatons Beach Resort verfügt über 678 Zimmer. Davon verteilen sich 60 Prozent hier auf das Hauptgebäude. Und hinter mir könnt ihr gerade den Hauptpool sehen. Die anderen 40 Prozent sind auf Bungalows verteilt. Der Sandstrand ist super fein und flach abfallend und es lässt sich super leicht ins Wasser gehen, denn es sind noch keine Steine und keine Kiesel im Wasser. Deswegen benötigt ihr auch hierzu keine Badeschuhe. Auf der Rückseite des Hauptgebäudes findet sich der Jacuzzi Pool. Und zwar gibt es hier in diesem großen Pool drei angelegte Jacuzzis, wo man es sich gut gehen lassen kann. Und des Weiteren gibt es eine Snackbar und die öffnet um 10 Uhr. Der Kids Club ist wirklich wunderschön angelegt. Es gibt kleine Rutschen, aber auch große Rutschen. Und des Weiteren findet sich hier sogar noch ein eigener Kindergarten, wo die Kleinen beschäftigt sind. Und den könnt ihr jetzt recht gut hinter mir erkennen. Das Fitnessstudio bietet wirklich so einiges. Und zwar sind Freihandeln vorhanden. Des Weiteren gibt es hier auch Laufbänder. Also alles, was das Sportlerherz begehrt. Bis zum nächsten Mal. Ja, das war es auch schon wieder hier von mir bei YourNextHotel. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir sehr gerne einen Daumen und einen Kommentar und denkt auch daran, meinen Kanal zu abonnieren. Ich weiß, das war jetzt ein bisschen ein kurzeres Video, dennoch bin ich glücklich darüber, euch ein paar Einblicke zu zeigen und freut euch auf noch ganz, ganz viele weitere Videos hier bei YourNextHotel. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen.